Ich hab' ein Ghast Ein Ghast Du hast nicht Ghast, das geht wahrscheinlich Ja Holy moly, was am i doing here Ich hab' ein Ghast Alle hinter mir Hey und herzlich willkommen zur neunten Folge von Turo3 Servus Er hat keine Rechte, deswegen scheuen wir direkt aufm Sorge Warte wieder neue Hoffnungen Ja, Alex hat sich die letzten Folge mit diesen Viechern da angelegt Auch Gaming, die gab's doch immer Und kriegt halt von den Viechern übel auf die Schnauze, ne? Aber nicht geändert, ist halt leider so, ne? Muss er sich jetzt selber eingestehen, dass er Scheiße gebaut hat? Ne, hab' ich doch nicht Somit auch, ja Ich glaub dir gern mich nicht mehr an Meinst du? Ja, Steve, wo waren die denn, ne? Was? Hey? Die Burg Du hast hier Kappel Die Festung, Steve Kappel Festung ist bei Minus 280 Ah, der Signal Ah, der Signal Doch, muss man Der Ghast Ein Ghast Woher schießt du ein Ghast? Auf dich wahrscheinlich, oder? Ja Holy moly What am I doing here? Hast du Ghast Da kommt Alle hinter mir Okay Okay, es geht Okay, es geht Ich hab eine Alex, ich hab drei Jungen roten Nice So Ich hab' ein bisschen gebrauen Nice, Yoban Brauch wir Ghastrainer Wenn du einen Abschluss nicht vertreibst Der Ghastrainer Der Ghastrainer Wer kommt von hinten? Der Ghast? Was ist denn? Ich geh mir den noch an Ghastrainer war nicht dabei, glaube ich Echt? Nö Wir haben aber schön gemütlich heilterin gebrauen Mal gucken, ob die Melonen überwachsen sind Steve, ich sag dir was Ich muss gerne mal zurück Ich hab kein Essen mehr Ja, dann geh' ich raus aus dem Nähteich Wir haben ja das, was wir jetzt eigentlich brauchen Haben wir? Ich hab' doch gesagt, wir brauchen nur die Umrufe Willst du die Ausüge? Für, für drängen die Jaja, du kannst rausgehen Okay lol, jetzt bin dahinter Du kannst rausgehen Du kannst Dings farmen Dann Du kannst es dann einschmelzen Mhm, okay Ich hoffe, Finsdruck Hehehe Ähm Nice F-Sharp 4 Geil Du hast einen Ambus mit, gell? Ich hab' zwei Ambus dabei, ja Zwoa? Was bist du für einer? Mach' ich mir noch Prot 2 auf meine Hose Das andere Prot kriegst du auf deine Hose, ne? Ja, dank' sehr Ja Brauchen wir Klos da unten? Ja Boah, ich bin ihn noch her Ah, ich glaub' ich weiß wie Wir fahren jetzt noch ein bisschen Level, ne? Geh' du mal raus, grad mal sanft Mhm Mit Glas haben Ja, ich hab' ein Portal angefunden Hast du das Portal? Ja, ich glaub's, das ist der Hase gewesen, lol Hase Hase Mhm Ich glaub' jetzt nochmal hier in die Festung rein Aber ich nehm' das ganze Quarz hier mit welchem Level Machen wir vielleicht noch ein Power 3 Bogen in der Folge B-B-Bogen 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 Aber mit Optifine ist das Leben gleich für cooler Ach ja Ja, wirklich Ja, wirklich Ja, aber wir sollten vielleicht doch die Mobs mitnehmen So tun, hat doch keiner was dagegen gesagt Das Diffus ist, wenn man Sharp 3 stellt, ja hin ist Äh Dann use es eigentlich nicht weiter, was ist denn davon? Ja, stimmt schon, weil du kannst Du hast hier dann, du hast ein volles, du hast ein volles, äh Oh, das ist ein Spawner? Ah Schweine Spawner? Nein, das ist doch... What the fuck? Seit wann gibt's, äh, Schweine Spawner im Nether? Schweine Spawner? Weißt du ja nicht gesagt, oder? Wie viele Creeper da sind, hm 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 Wecklatschen Wecklatschen Ich hab grad keinen Plan, wo ich bin Weißer Ich find ich in der Netherfestung noch irgendwas cooles Man war's ja nie, gell? Ne, man war's nie Und ja, auch Birken, es sollten auch Äpfel droppen Nur nicht so gut Hier bitte nicht runterfallen, das könnte tödlich enden Bisschen Bisschen Ja, die, die Festung ist riesig, Alter Ja, wenigstens irgendwas Ich hoffe, dass ich hier aus dem Nether irgendwann wieder rauskomme Ich bin schon draußen Ich war nie, ich war noch nie so kurz in der Nether, glaub ich Nicht? Nö Team Chests So viel Blätschen im Eventar, Steve Hab ich nur immer klar Blätschen Du? Ja Ich hab den Jest mit Äh, schon gelootet Mit schon eher gelootet Ja, da waren nur Kaninchenfelder Aber ich weiß, was wir noch brauchen, hm? Hmhm Ich komm jetzt nicht drauf Ich baue mir noch einen Ambus, gell? Ja, überleg mal, was brauchen wir noch zu brauen? Melonen? Wir brauchen einen Netter Warzen Wir brauchen einen Netter Warzen Ist das Sand, soll ich holen, gell? Der Place ist eh Zwölf Zwölf, nein Brauch einen Netter Warzen, Alex Ohne Netter Warzen können wir nicht brauen Hey, mein Schwert ist wieder voll Nice Nice, hör Hast du den Ah, das Dinger nach drinnen, nice Bogen Hey, du hast mir einen Bogen eingestraft, gibst zu Dein Bogen Mein Bauer 1 Bogen Mein Bauer 1 Bogen War kein Bauer 1 Bogen, es war einfach nur Normaler Bogen Normaler Bogen Das war kein Bauer 1 Bogen, es war ein Stück normaler Bogen Okay Okay Das ist schon der neue Level, ey Zwei Bogen Fuck Wir brauchen die Netter Warzen Wir brauchen die Netter Warzen Ich lager wieder zwei Bauer 1 Bogen So cool wie wir sind Ohne Netter Warzen können wir nicht brauen Okay, das ist uncool So sind die alle schon gebootet Ich hab keine Ahnung Die einmal im Kreis gelaufen Sehr What the fuck Ey, wir würden fast Kohle mehr? Doch Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Wow, ein Slimy So, oder? Slimy und eine Kiste Nein Weg hier Sand brauchen wir Wir füllen circa Was? Sand Wir brauchen erstmal Netter Warzen Bevor ihr Sand tut Nein Okay Oh fuck, Alter Witter Skalett Witter Skalett Das hatte ich jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock Keine Witter Spawner Ein Boss Alex, ich brauche jetzt hier Netter Warzen Sonst sind wir hier äh Klinisch aufgeschmissen Klinisch aufgeschmissen? Ja, das ist doch so Das will ihnen auch immer eingekommen oder was Ich will es nur ohne Netter Warzen machen Gaps Gaps Nochmal Gaps Bis ich bei der Burg wieder bin Geht mir wieder das Essen aus Lass da unten keine Blazes sein Ja, ich bestimmt wäre genau da hin, wo die Freundschaft war Preise Mann, wo bin ich denn hergekommen? Wenn ihr die ganze Zeit im Kreis ist Im Kreis ist es nicht gut, Steve Wir brauchen Warzen Kannst mal im Spawn gucken Auf leeren wegen Kisten Wird da Warzen drin drin Im Spawn Warnste Erdbeer drinnen im Gossen Das ist ja unwahrscheinlich Das ist das Einzige, was uns noch fehlt, weißt du? Mhm Ja, dann Blaze auf mich Blaze? Gönnt sich gerade ein Blaze richtig hart und beschießt mich einfach von irgendwo her Steve, wir hätten gerade Sand, wie viel brauchen wir denn? Du hast Sand? Ja Da baue ich mich nicht runter, das kannst du nicht Was? Ich habe gesagt, da baue ich mich nicht runter, da ist ein Blaze Fuck Fuck, fuck, fuck Ich habe nicht mal irgendwas geschätzt Oh, ich habe so viele Routen Schau mal Äh, ich habe hier auch keinen Bock, sorry Reicht 15 Sand? Denk mal schon, dann Fünf Minuten Steve Ja, was kann ich denn dafür? Nix Gar nix Gucken, dass ich wieder zum Portal komme Kommst du wieder? Ja, bringt halt nix, ne? Na, will man Apfel, einen Apfel Klingt halt jetzt nix in der Festung rum zu eiern, wenn man da keine Warzen mehr findet Weil wir brauchen keine, wir brauchen nicht braun, wir brauchen für alles, brauchen wir Warzen Ja, leider Das wäre ja zuständig gewesen Ja Das wäre aber auch gut cool Leuk Tiki 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 Ja Team Chest Das gibt's dann immer zu viele Items im Übindar Immer Lecker Schau mal schnell die alex auf den keks ich bin euer feind nicht mehr war auch steve ich hab noch mehr gemacht wahnsinnige zu dennoch ein brot zum ich habe ein buch dabei der für explosion schluss stärke da drauf jawohl schutz noch mal schutz fünf kostet es immer immer interessant oder das war mal gut dass wir gemacht haben sie genau am ding ist ja am boden ist genau ja weil ich nicht da bin ich soll den nächsten vollgang einloggen und jemand hinterher join zu machen aber bin aktuell trotzdem das ist die müssen ja nur der chance weil die ungefähr wissen dass wir ja stimmt wie viele leute dadurch schon gestorben sind weil er einfach noch die äpfel ausbeute ist gerade nicht so groß aber es geht jetzt mal zurück ich versuche mal zurück zu kommen ja ziehen wir wieder together ganz mal so schwer zurück zu kommen wenn das portal da muss ich runter ein stückchen drüben steht der weihnachtsponsiv weihnachtsmann weihnachtsmann welcher höhe ist das portal kannst du mal bitte durchs portal geht das portal wo ist die den ich sie da drüben bin ich bin ich ausgeklickt ich hoffe die fladen meine äpfel nicht was nach apfel die klaus da mitgenommen klaus weil sie sekunden ich komme nicht wieder raus nice aber jetzt kommen die ganzen äpfel echt ja 3 habe ich schon wieder ich finde aus dem liter nicht mehr raus naja yo steve werde ausgelockt nice wie viel folge wir sehen uns bye bye danke fürs zuschauen wenn euch die folge gefahren hat gebt einen daumen nach oben vergesst nicht zu abonnieren falls ihr nichts verpassen wollt und bis zum nächsten mal tschau tschau bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal biii 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 biiiii